Diesen Montag bei Die Astronauten. Interessant. Will, mit wem redest du denn da? Mit Mathilda. Ihr müsst Änderungen an Mathildas Quantum-Zentralprozessor an Bord vornehmen. Aber es wird nicht leicht. Das klingt gar nicht gut. Wenn du deinen Freunden nicht vertrauen kannst, wem kannst du dann vertrauen? Die Astronauten. Montag um 18 Uhr. Nur bei Nick.